Hallo und herzlich willkommen zu meinem Verlosungsvideo. Bei mir gibt es was zu gewinnen. Nämlich diesen süßen Cupcosi und diese kleine Handtasche. Mit diesem kleinen Hänkelchen oben dran. Ich habe das beides gehäkelt. Ich habe nämlich meine beiden liebsten Hobbys verbunden. Das Cupcake machen und das Häkeln. Und dabei sind diese beiden hübschen Sachen rausgekommen. Ich habe auch noch einen kleinen Kühlschrankmagneten gemacht. Den könnt ihr in einem meiner anderen Videos sehen. Alles zum Thema Cupcake. Alles in pink und hellbraun. Die Tasche lässt sich hier mit dem Magneten, mit dem Magnetverschluss verschließen. Und ja, also für ein Portemonnaie, ein Handy und ein bisschen Schminke ist da auf jeden Fall reichlich Platz drin. Und passend dazu den kleinen Cupcosi. Wenn man sich dann Kaffee holt, kann man ihn dabei haben in der Handtasche. Drum packen, verbrennen sich die Finger nicht. Ja, zu gewinnen gibt es das Ganze, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen Kommentar hinterlasst unter diesem Video. Schreibt mir einfach, was ist euer liebster Cupcake. Und vielleicht auch warum, aber Schokolade, Erdbeer, Kirschen. Was isst ihr am liebsten? Was darf es bei euch sein? Ja, und dann lose ich aus, wer denn dann die Tasche und den Cupcake Cozy zugeschickt bekommt von mir. Bis zum nächsten Mal.